Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von League of Legends und zwar habe ich mir ein paar Freunde geschnappt und wir haben ein kleines lustiges Game gemacht mit ein paar nette, schöne Aktionen, am besten ihr schaut einfach selbst und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, haut rein! Ja, Full Tank Zillion Topmann, so muss es sein, mit Teleportmann, Timo Jungle, Garen Support, Heimerdinger Adikari und Alistair in der Midlane, aber ist doch schön. Die müssen sich da aber denken, wie bescheuert, und die bloß. Das OP-Meter ist das hier. Ja, total. Das heißt, der Riot wollte keinen Meta haben, ja, also sorgen wir auch dafür. Guck mal, ich bin eigentlich der beste Beweis, dass wir mit geschlossenen Augen uns der Gegner besiegen können, oder? Ich hab keine Augen, Mann. Bei mir kommen Blitze raus. Ja, ich mach die Augen zu. Wie trifft der überhaupt? Keine Ahnung. Okay, jetzt kommt der kleinste Jungler der Welt. Und der OP-ste Jungler der Welt, Mann. Ja, ist so. Denk dran, ja. Um dir einen Weg zu sparen, flash über eine Wall. Ja, ist so, ey. Du sparst dir Unmengen von Zeit, Mann. Ich flash jetzt auch... Aber wir flashen alle was zu blu, ey. Ey, nachdem ich eingekauft hab, flash ich erst mal, weil dann bin ich schnell auf meiner Lane. Versteh ich? So, ich stelle mich jetzt unsichtbar neben Blu. So, erstmal schön geflasht. Wir kommen in den Blust der Beschwörer. Und ausweitschlich. Sadele! Was kühle ich denn als erstes? Ja, hm? Der liest meine Gedanken. 30 Sekunden wird zum erscheinen der Ballsanne. Inwiebel! Inwiebel! Ich lebe! Hahaha. Der hat geflasht. Oh. Hahaha. Ich sag' ja, ich lebe. Komm, die Nullwohns. So ein Idiot. So ein Idiot. Der Braum. Jawohl. Wir sind voll okay, Mann. Komm hierher. Boah, jetzt blende ich erst mal den Blu, ey. Mach das. Das hilft mir ungemein. Danke. So. Die Irelia is nicht on the lane. Ah, hier ist sie doch. Bombe! Ich bin Zillian auf der Top-Lane Full-Tank. Ich bin Zillian auf der Top-Lane Full-Tank. Ich bin Zillian auf der Top-Lane Full-Tank. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Heimatdinger, Adi-Carry. Ich brech zusammen. Ich hab mir jetzt echt... Ich hab mir jetzt echt ge... Timo hier! Hey, los! Help dem Timo! Ach was? Timo ist okay, man. Braucht keinen... Jawoll! Jawoll! Ich bin Zillian, ja. Das ist ja... Achtung, Irelia kommt zu dir. Ach nee, da ist der. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Alles... Ja, zu seiner Zeit. Ja, ja. Mit der Zeit bin ich ein Tank. Ich weiß nicht, womit er nicht gekippt hat. Ich weiß nicht, womit er nicht gekippt hat. Oh, dann in Empfehlung rauskippt Hannover. Obwohl er nicht trifft hat. Meist ist egal... Aber ich habe voll den OP-Form von 18, Mann. Krass! Der Heimerdinger, der hat ja um P-Form hier. Ey, der hält sogar mit Catelyn mit! Ich brech zusammen, das ist für eine Catelyn. Na, die ist nicht verhorchend. Das ist ein Heimerdinger, Adekari, hallo! Oh, ich bin jetzt unsterblich. Da flasht er! So, was bauen wir uns? Sunfire Cape wäre nicht schlecht. Beeil euch! Ich mache ganz schön Auer, bei der wo ich kein AP habe. Das ist für eine Irelia. Oh, wie ich den Geistern ins Gesicht spucke, ey! So ist richtig. Pam-pam! Oh, wie läuft Garen Support? Boah! Mann! Ich konnte nicht von der Ulti wegflaschen, ey! Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt, ey! Ja, ein Versuch war es wert, ne? Ja, ist so. Oh, ich muss zurück in Base, ich habe keine Mahna mehr. Ich glaube, ich hatte das fast. Die kreisen sich gerade da in Blue. Das ist dann kein Blue. Okay. Aber der kommt jetzt. Der ist jetzt da. Also, die ihr euch geht doch nicht selbst. Los, Leute, mit allem Mann! Silja, ein Teleport will ich sehen, ja! Ich habe keinen, habe ich schon verbraucht, Mann! Na, ich hätte gewusst, ich hätte sofort Teleport gemacht, Mann! Nein, der hat Blue geklaut! Ich konnte die ganze Zeit nichts sehen! Ja, Augen zuhalten, ne? Ja! Toll! Die Alte, die lässt mich nicht in Ruhe, Mann! Die Zeit läuft! Ich hätte Full-AP-Leona-Top spielen sollen. Silja und Tange, scheiße! Wen? Full-AP-Leona-Top! Das wäre auch geil! Da ist der Sch而已. Aus Rhodes! Verst uns mal sehr schnell zurück. Um! Ja, mein erster Red. Ja. Lol. Geh mal Blu klären. Mach das. Ich pilze die jetzt oben auf Top. Ey, ich pilze die so süßlich. Guck, ich komme jetzt auf Top. Ich komme jetzt. Komm, komm, go, go. Nein, da ist bestimmt Nocturne. Na toll. Scheißegal, ob da Nocturne ist, Mann. Nein, hau ab, hau ab, hau ab. Lauf, lauf. Wuhu. Die ist geblendet. Da kommt Elisdor. Ja. 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 Oh, oh. Lol. Wir haben... Nein. Wir kriegen die aber noch. Ey, ey. Ich hab die gepilzt hier. Herrliche Schauspiel. Herrliche Spektakel. Ohne Witz. So. Ich stehle noch 300 Gold. Kann ich was verkaufen? Ja, das langt sogar. Wo ist mein Riesengürtel? So, jetzt hab ich Teleport. Falls was ist, ne, ähm... Dann teleportier ich sofort. Teleportier dich dahin! Nein. Ach, schade. Boah, ich hab gleich zwei Pilze. Zwei Pilze. Was jetzt? Wo soll ich die hinstellen, Mann? Boah, keine Ahnung. Sehr sinnvoll auf jeden Fall irgendwo platzieren. Shit, ey. Jawohl, Botlane rockt hier. Ja, Mann. Nein. Das ist nicht tot. Du hast nur... Du brauchst nur Zeit zum Ausruhen. Du hast nur Pause gemacht, Mann. Wir sterben nicht. Gamer Respawn, ja? Ich komm, dir helfen. Boah, der wird immer gleich. Ja, der ist low, könnte vielleicht runtergesetzt werden. So, ich hab euch mal ein Ward dahingestellt. Ihr kriegt jetzt auch noch einen Pilz. Nein, hilf, ein Pilz. Genau da. Ja. Ich mag keine Pilze, hab ich jetzt schon mal gesagt. Ach, egal. Ich hab noch einen. Den kannst du behalten. So, da hab ich auch noch einen hingestellt. So. Ich bin Level 9 und nur zweimal gestorben. Also die Reha, die kann's nicht. Ich bin halt Full Tank, ja? Full Tank. Ich komm auf Bot Lane mit... 600 AP. Ohne Mana. Aber die treffen auch nicht. Oder doch? Ich bin auch da. Tower Dive, Freunde. Tower Dive. Du bist der Tank. Ja, ich Tower Dive doch schon. Raus geflasht. Dann kommt der nochmal, der taucht. Was kostet denn eigentlich Sunfire? 930. Ey, das müsst ihr jetzt verstehen. Ich muss jetzt noch 30 Gold in der Base stehen bleiben. Das geht nicht anders. Ich brauch den Sunfire Cape, man. Jawohl. Brauch sein, man. Das müsst ihr jetzt verstehen. Nein! So. Sunfire Cape ist fertig. Als nächstes kommt Warmox, man. So. Komm, Irelia, komm! Ey, Irelia soll kommen. Ich hab mich jetzt hier voll gut versteckt, ey. Mann. Ja, ich weiß. Es war echt ein perfektes Versteck, muss ich ehrlich zugeben. Dein Blu ist übrigens wieder da. Mhm. Schon da. Wo ist die Irelia, Mann. Ich hab ein Sunfire Cape. Und alles zu seiner Zeit. Yeah. Also top ist SS, keine Ahnung wo. Komm auf BOT. Okay. Ich kann nicht, ich hab keinen Teleport. Die hast aber... Ich bin voll krass gesagt so, ne. Ich bin voll krass gesagt so, ne. Ich, ich, boah. Also ich, was ich euch nur empfehlen kann, ist Siljan Full Tank, ja. Das lohnt sich. Das rock, Freunde. Das rock, ja. Ja. Das rock, ja. Ich meine, Warmox hat man, dann bin ich unsterblich, Mann. Ja. Ja, ist einfach so. So, mein Blu sehen die jetzt nicht mehr, ey. Den nächsten. Ich will gar nicht wissen, was bei... Ich will gar nicht wissen, was bei denen in Kripsen vorgeht. So, da kommt der nicht durch und bemerkt. Troll, 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 Troll ist mein... Haha, ein Pilz, hä? Irelia hat ein Pilz reingelaufen. Ich bin auf dem Weg nach Top. Jetzt läuft sie gleich in noch einen Pilz. Jetzt stirbt... Wie ist... Ey! Ich hab kein Flash, das ist unfair. Da! Loll! Hä? Ist das geil. Perfekt vorbereitet, Mann. Alter, ich töte die mit 10 AP, Mann. Boah, ich kann Nash'er warden jetzt, ja. Zack, Leute, guckt mal. Ey, sag mal. Stacken eigentlich mehrere Sunfire Capes? Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht. Ist das, glaube ich, einmalig, oder? Steht da was dran? Versuche... Nö, doch, einmalige Passive, ey. Das ist zum Kotzen. Schade. Sonst hätte ich mir gleich mal 6x Sunfire Cap geholt. Katz attackiert mich über die Wall. Der hat hier gewartet. Und töte ihn. Ne, der ist jetzt gefährlich. Dein... Blue ist gewartet. Und die sind bei Dragon. Die ist gemein, die trickst mich aus. Wow. Egal, ich hab bald Warmox, Mann. Die Warmox. Sie ist so warm. Und ein Ork ist sie auch. Hm. Der Timo. Ist das jetzt ein Hybrid-Timo, oder was spielst du da eigentlich? Ich weiß das noch nicht so. Also ich glaube, der Einzige, der hier richtig spielt, ist Alistar. So, Irelia. Ey, komm, aber ich bin stark, ja? Ey. Schon 5 Kills. Ich hab einen. Ja, du hast nur 5 Mal gestorben, also das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, wie ist der Tower-Shots, Friss. Ich komm top. Okay. Wies an meinen Golems. Ich bin, ich bin noch full live. Ich bin noch full live. Die stirbt. Sehr schön. Werde jetzt getötet? Timo! Mein Gott. Pass auf, da ist ein Doktor. Hau ab! Der Flash! Ey, der Flash, der war wichtig. Der war stark. Der war, der war nötig, Mann. Nass. Geil. Ey, wir schlagen uns gut, Mann. Für das, dass wir so perfekt spielen, ja? Sind die echt schlecht. Ja. Ich meine, wir liefern hier gerade das perfekte Game ab, Mann. Also, Die ganzen Authors, das müssen uns bleiben, müssen uns, rufen uns bald an. Ich weiß noch gar nicht, wieso Riot uns noch nie angestrieben hat, ey. Ja, keine Ahnung, also bei dem Game. Also bei den Pros, ne? Alles zu seiner Zeit. Sieh, ey. Ich bin scheiße. Es我的 Transit, oder? Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Oh nein. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Jawoll, der Garen, der Garen, der überlebt hat, komm, mach die Augen zu, dann hat er überlebt, dann hast du es halt in der Zeit halt nicht gesehen. Jawoll, der Heimer, der Push, der Heimer, der macht das richtig. Warte mal, mit meinem Leben komme ich jetzt zu Heim und helfe beim Puschen, Mann. Ich bin da! Lauf, mein Adi-Carry! Was? Der hat mich doch gar nicht angegriffen! Ich brauche noch tausend Gold, Mann, ich will meine Warmungs fertig haben. Der hat ja alles gewordert, der Penners. Der ist ja voll mies, ey. Der Trollt ja voll das Game, der Nocturne. Der wurde alles, was ist denn Troll, Mann? Ja, ist so, ne? Ulti! Ja, ach, schade. Komm, komm, komm! Ja! Schade. Ach, komm, Blue! Schade! Komm, Heimer! Ja! 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 Heimer, Dünger! Das Heimer, das Heimer! So muss es sein, Mann. Also, du musst deine Warmungs holen, Mann, auf Team und dann unsichtbar neben den Golems stehen. Du verbrennst die. Und irgendwann hast du Blue. Ich glaube, das sieht bestimmt lustig aus, wenn der Blue ins Nichts haut. Ach, scheiße, auf die Golems, Mann. Ich gehe in die Mitte. Da geht die ganze Action. Dein Red ist nicht gecleaned, das ist sehr schön. Die machen das richtig. Alles zusammen mit Zeit. Alles zusammen mit Zeit. Hier ist ein Mann. Die Zeit läuft. Da! Die haben echt Angst vor uns. Was geht ab? Ja! 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 Du bist so unsterblich, renn doch nicht raus, kämpf wie ein Mann! Nein! Habe ich nicht gesehen. Man rennt nicht einfach aus dem Kampf. Wie feige ist das denn? Guck, du bist jetzt trotzdem gestorben. Hättest ja auch kämpfen können. Hätte ich. Habe ich nicht. Report mich doch. Ja, mache ich auch. Jawohl. Ich weiß nicht. Ich glaube, die sehen das irgendwie ein bisschen zu ernst, die Gegner. Also so kommt es mir irgendwie vor. Na hallo, ich bin gefeedet. Die können dann nicht anders entgegennehmen. Ja, gut. Das Vector-Gel. Wie ist der Einzige, der Backward-Top gehen will? Ne, ich komme auch dazu. Unsichtbar. Warte, ich bleib kurz. LOL! Wie habe ich den Kält gekillt? Keine Ahnung. Und Danny, der Emo geht ganz alleine auf Bot. Na, so ist richtig. So ist richtig. Push weiter, pushen! Pushen, man! Split-Push ist dein Leben, man! LOL! Der stirbt nicht. Ist ja gemein. Und wenn ich teleporte, der würde ich jetzt sofort zu dir teleportieren. Hey, der will mich schlagen. Ich schlagen wir mal zurück. Ich mache jetzt eine Wall. Ich brauche aber noch Mushrooms. Was soll ich mir als nächstes holen? Ich glaube, ich hol... Omen. Oben. Oben. Dann auch genau. Als nächstes kommt oben. Alles zu seiner Zeit. Immer schön kämpfen. Niemals aufgeben. Ich wollte sie zu Todes lauen, Mann. Der Gegner ist die Tatsache. Der Gegner verfällt im Bluthaus. Ja, so irgendwie habe ich das Gefühl, die Gegner, die nehmen das zu ernst. Mann, das... Die sind ja keinen Spaß mehr drin. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Go, Minions! Go, Minions! Ah, das sind ja gar nicht unsere. Los, lauft in den Pilz noch eins. Der kommt eins zu näher. Oh, die La... Wo hättest du die Pilz in die... Ah, ha, ha, ha! Na, ja! Ja! Ey, der eine Pilz, ey! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, ja, ha, ha, ha! Trollte Meter. Das steht bei mir gewonnen dran. In roter Schrift bei euch auch? Ja. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, das steht nur bei mir.